Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Backpack Hero Stream mit mir, dem Shining, der, der den ganzen Abend wahrscheinlich nur reitscheißen wird. Nein, letztes Mal lief hier eigentlich relativ gut, haben ein paar Cursed Items durchgebracht, wie zum Beispiel das Idle, meine ich. Ich gucke mal sicherheitshalber. Ja, das Idle zum Beispiel und natürlich wollen wir heute ein paar weitere Dinger durchbringen, haben ja einiges an Missionen vor uns. Zwei Leute wollen ja was von uns. Einer möchte eine Hütte gebaut bekommen und er möchte einen Plüschvieh haben. Beide Sachen, die wir gerade nicht haben, aber wir haben eine Schriftrolle, die können wir unserer Wissensdame bringen. Sie hier. Ich habe sogar drei. Anna Nadelheilerin. Sie pflückt eine Feder und heilt Kranke. Belebt den Schmerz mit nur einem Stich. Sie findet noch einen und bringt es ihr bei. Wir helfen allen Tieren trotz ihres Fels. Das sind immer so kryptische Hintergrundgeschichten. Aber hey, wir müssen es ja nicht verstehen. Ja, ich habe noch mehr. Träumender Baum. Ja, so sieht er auch aus. Erstgeborener Sohn der Mutter mit der Aufgabe, die Frösche zu unterrichten. Durch Träumen und Studium half es ihnen zu wachsen. Aber die Sonnenfinsternis kommt und Träume werden zu Albträumen. Und es erfloh ein junges Mädchen, um Dreamings Mother zu finden. Ich habe ein Kostüm für unseren Frosch bekommen. So, ich habe das hier noch. Lord Quarcius. Der große Sumpf wurde zur Heimat von Fischen und Fröschen. Die Mangroven zogen Mahne aus dem Boden und ließen die Jungtiere ihren Saft trinken. Quarcius war einer der kleinsten Kaulkappen seiner Schule. Aber ein Schluck vom Mutterbaum und er war kein Frosch mehr. Aus ihm war etwas mehr geworden. Danke. Das waren, meine ich, alle. Dafür nehme ich die immer mit. Ich will eben kurz beim Rathaus gucken, irgendwelche speziellen Items, die ich mitbringen will. Ich will auf jeden Fall mal einen Giftrank mitbringen, damit ich einen starken Giftrank habe. Diese Kräuter müsste ich mal generell irgendwie finden. Messerhandschuhe, den kleinen Buckler. Den Giftrank brauche ich offenbar zweimal. Der Sulfbrockler ist ganz gut, wenn man mit einem Giftböde arbeitet. Ich sehe im Dungeon halt nicht, wer es davon brauche ich jetzt und was nicht. Ich muss auf jeden Fall auch mal ein Holzschwert mitbringen. Naja. Wir gehen dann mal auf ein Abenteuer. Mit unserer, äh, Good Night and Purse. Was bringen wir denn heute durch? Die Items muss ich ja eigentlich noch durchbringen, ne? Der rote Stoß dann macht, dass ich, äh, nix mehr drehen kann. Also einmal gesetzt, bleibt es in der Position. Also ich darf es wahrscheinlich noch bewegen, ich darf es nur nicht drehen. Äh, es nimmt zwei Plätze ein. Oder darf ich generell nicht drehen? Ich darf generell nicht drehen. Das ist nur der Haken. Okay. Der Form, die ich sie kriege, muss ich sie auch nehmen. So schlimm kann das jetzt eigentlich gar nicht sein. Ich könnte die Schuhe noch nach Hause schicken, aber wäre sinnfrei. So. Die Hunden nützen Sachen aus meinem Inventar sind damit weg. Jetzt kriege ich eine Rüstung. Die Hunde nützen Sachen aus meinem Inventar sind damit weg. Von dem Gift. Ah, dann machen wir mal mehr Max AP. Ich muss das Ding immerhin noch eine weitere Dungeon hier durchbringen. Oh, ich kann direkt zum Shop. Ich kann zuallererst jetzt erstmal den Giftschleifstein verkaufen. Den will ich nicht behalten. Der hongeige Mana Stein ist eigentlich richtig gut. Zumindest wenn man ein Magiebild macht. Nehme mal den Schlüssel. Ich will den Degen haben. Ich brauche irgendwas, mit dem ich auch angreifen kann. Kann ja nicht nur auf die Machete setzen. Hier nehme ich den linken Weg, weil da habe ich zwei Sachen. So, den einen bin ich instant losgeworden. Nix hier mit Angriff. Okay. Okay. So. Ich könnte bei dir ein Buch kaufen, aber da habe ich nichts von. Ich habe momentan, glaube ich, nur das alte Buch. Boah, Eile auf einem Schild ist richtig gut. Auf die Stacheln mal geschissen. Das ist richtig gut. Boah, 24 dafür. Und im besseren Fall einen guten Schild. Ach, das ist der Glücksdolch. So, weg mit dir. Ich kann leider nicht genügend Schaden machen in diese Runde. Beziehungsweise nicht genügend abwehren. Und weg. Man kriegt durchgehend Schaden. Aber diese 6 Woot, die sind auch ultra krass. Und ich habe was besseres als das Blade bekommen gerade. Den Knüppel. Boah, das Ding will ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ich nehme noch die Zahnhaltskette mit, weil die eigentlich richtig stark ist. Ich hätte zwar auch gerne den zweiten Umschlag mitgenommen. Aber das hätte nicht mehr funktioniert. Mir gefällt gerade irgendwie diese Gesamtsituation nicht. Das wären bessere Schuhe. Aber ich muss den Typen da aufhalten. Ich blocke genügend. Vor allem den bringe ich eh um. Und tschüss. Das würde ich am liebsten eigentlich gerne nutzen. Ich kann nichts davon mitnehmen. Aber ich kann den Schild, den ich jetzt gerade bekommen habe, direkt erstmal die Eile draufpacken. Weil das macht, wenn ich verteidigen mache, dass da so ein Verteidigungsbooster gleichzeitig mitkommt. Das ist eine verfluchte Kiste. Die würde mir nur in den Hintern beißen eigentlich. Ja. Ist auch nichts Anständiges drin. Hat sich gar nicht gelohnt. Habe nur einen Fluch jetzt kassiert. Ich könnte die Stiefel ihn andrehen. Mache ich auch. Sonst noch irgendwas, das verkauft werden will. Der Schachelhelm ist jetzt eigentlich nicht so geil. Irgendwas mit Forschung mit ihm. Ja, ich muss den für eine Forschung nach Hause bringen. Ich habe keinen Schlüssel mehr. So hätte ich die Truhe öffnen können. Oh. Davon lohnt sich aber nichts. Also einmal darf ich sowieso gratis würfeln, oder? Allerdings ist es die Stachelschuppe lohnt sich. Das Ding ist legendär. Das bringt mir ordentlich was an Geld. Naja, der kauft gerade nichts mehr, leider Gottes. Muss ich auf der nächsten Ebene verkaufen. Meine legendäre Waffe bringt schon einiges. Habe ich auch Instanten Shop zur Verfügung? Ja. Also bringt halt 17. Den Schubschild, den hätte ich gerne vorher gehabt. Also, wohin schon. Oh, der Morgenstern. Brauche ich das Teil für eine Forschung? Nein. Dann nehme den Stachelknüppel und ich nehme den Morgenstern mit. Die Erfahrung nehme ich natürlich mit und auch das Geld. Ah, der Typ schon wieder. Dann fange ich mal da hin. Solange das Schild nicht komplett abgedeckt ist, kann ich ihn noch nutzen. Also, ich nehme den Stachelknüppel und ich nehme den Stachelknüppel und ich nehme den Stachelknüppel. Ich nehme den Stachelknüppel und ich nehme den Stachelknüppel. Tschüss. Brauche ich ein Ritterschild? Ja. Mehr oder weniger. Ach komm. Passt. Was geht des Stolzes? Das ist ein Helm. Das ist doch kein Schuhwerk. Immer auch den... Warte mal. Ich brauche den. Wollen wir noch nicht, dann kann ich gleich den Umschlag nutzen. Das ist der einfachste Gegner, der lebende Schatten. Ich muss nur so kämpfen. Angriff und dann verteidigen zum letzten. So, jetzt kann ich den Umschlag nutzen. Tschüss. Ich muss die Tunika nicht speziell nach Hause bringen. Nimm einfach das mit. Ist nicht wirklich so, als ob ich sonst noch irgendwas mitnehmen kann. Allößen, Satir. Aber das wäre kontraproduktiv. Ich könnte auch poken, dass er was interessantes hat. Was geil ist, ich brauche mich eigentlich nur auf den vorderen gerade konzentrieren. Und dort. Hier sind gute Sachen, aber ich kann sie nicht mitnehmen. Ach, die Schmiede. Ich kann zwei Stacheln auf den Schild packen. Zwei Block kann ich generell auf die Rüstung packen. Habe ich generell zwei Block, mehr ist Mehrwert. So, 19 habe ich noch zur Verfügung. Ich packe lieber drei Schaden. Ne. Bei der Coil lohnt sich nicht. Wir sind jetzt eh beim Boss gleich. So, jetzt macht er auch noch Stacheln. Ich brauche den für kein spezielles Teil. So, die einmal ohnehin runterhauen und die eine runterhauen. Wie sieht das aus, wenn ich die eigentlich katze? Okay, ich habe wieder ein paar Plätze. Brauche ich den hier? Ah, ich brauche einen Schulken. Ist nichts Brauchbares drin. Weil du bist das abgenutzte Messer. Das kann ich hier in den Boss einmal reinstechen. Muss ich jetzt auch nicht speziell nach Hause bringen. Mensch. Äh. Ich könnte gucken, ob irgendwas davon was wert wäre, zu verkaufen. Aber eigentlich nicht. Mal gucken. Ist das auch nichts wert? Das ist auch nichts wert. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. So, weg. Oh, den Umschlag, den muss ich eigentlich unbedingt mitnehmen. Komm, ich pfeife mal da auf. Eine Notfallheilung. Das ist mehr wert. Kann ich noch irgendwas ausbessern? Ich konnte dem Hans schon noch zwei Block geben. Ach, ich kann ja noch den Rad hier einmal drehen. Ich nehme den Handschuh. Schmeise ich die Bombe weg. Bringt mir nämlich jetzt auch nichts mehr. Habe ich nochmal ein bisschen mehr Abwehr vom Boss. Ich blocke genügend. Ich habe noch einen Platz frei. Ich nehme es mit. Ich nehme es mit. Manns. Warum? Ja, ich bin Japz. Ich nehme es mit. Ich nehme die Balls. Ich nehme das Corps. ok nächste runde habe ich ihn dauern war das mal ein kompatro habe ich gehört das dahin kam eh keine belohnung und das kann weg jetzt kann ich den handschuh und die lederkappe glaube ich verwerfen die brauche ich für keine forschung mehr der handschuh ist kein schuhwerk ja nämlich stattdessen erfüllung mit der anliegt doch prima jetzt kann ich hier erstmal ein hackbeil abgeben habe ich ja gegen ende mitgenommen ich hätte das ungewöhnliche eventuell nehmen sollen das falschwert habe ich ja mittendrin alle nach hause geschickt mit den schuhchen gucke ich erst noch wer von euch beiden ist besser der setzt voraus dass ich verprügelt werde nimm den hier das meinte ich die ganze zeit ok ein holzschwert und eine holzklinge und ich schalte das holzmesser frei ich weiß dass es nicht gut ist aber ich will halt trotzdem alles freischalten so ich habe einen bogen unterwegs gefunden den kann ich aber nicht speziell abgeben feuer schuliken konnte ich wenigstens speziell abgeben feuer schuliken konnte ich wenigstens speziell abgeben die schuliken schmiede und dieser beutel die sind richtig gut vor allem die schmiede wenn man feld feiert kriegt man durchgehend was zum werfen ich gucke halt immer erst ob irgendwo speziell abgegeben werden will so der kann nicht gedreht werden alle elementen können nicht gedreht werden beeinflusst keine komponenten oder kerne jeder zug fügt zwei energien zu ich würde ihn trotzdem nie mitnehmen der ist doch ultra schlecht was soll ich damit sonst noch irgendwo wo was abgebbar ist also an items jetzt nicht an materialien da und jetzt auch nicht mein ultra bogen sehe ich mir aufheben wenn ich es richtig sehe habe ich nichts mehr zum abgeben ich müsste eine rote baumwolle mal mitbringen dann kriege ich die flauschige das wäre richtig gut für so ein mana bild auch na gut den rest den kann ich dann hier jetzt verkaufen gehen ich kriege da schon ein bisschen was raus so ich kann mir jetzt das haus leisten äh konstanze kriegt sein haus dort haben wir schon mal eine sache erledigt danke dass du mir diese hütte gebaut hast liebis ich hüchte gerade eine neue werkstatt ein und vielleicht mache ich darin auch ein paar leckere kekse kann ich dir eine geschichte erzählen früher als dieser wald kaum mehr als ein paar bäume war war ich ein forscher des teils genau wie du es gab damals einige von uns die so tief gehen konnten dass man dachte wir würden auf der anderen seite der welt wieder heraus kommen ich ging hinunter und erforschte die alten maschinen die man dort finden konnte versuchte herauszufinden wie sie funktionierten eines tages fand mein guter freund ein hase namens matthew dieses merkwürdige ding eine kleine maus aus metall wir nahmen es mit ins labor um zu sehen ob wir das ding verstehen konnten es war in schrecklichem zustand wir mussten die meisten teile austauschen und durch urwerkliche äh urwerkteile ersetzen aber wir brachten es wieder zum laufen und junge funktionierte es es war früher so ein liebling und half mir in meinem alten labor ging sogar in den dungeon um mir materialien zu holen aber dann verlor ich mein labor bei diesen verdammten überfällen damit auch meinen lieben roboterfreund jetzt wo ich mein labor wieder habe könnten handeln ich vielleicht sehen ob wir ihn finden können ich habe mich schrecklich lass mich wissen wenn du eine kleine robotermaus im dungeon siehst wie kann ich dir helfen liebes ah diese robotermaus oh das war ein ganz merkwürdiger charakter oh jetzt muss ich roboterteile im dungeon finden äh das das ist der schwerste charakter mit abstand bei der arbeitet ganz speziell kann ich noch irgendwas ausbauen ich könnte ein haus bauen aber das hätte keinen sinn rathaus gehen und gucken ob ich äh das zeug hier oben noch verwerten kann ich kann den rauchdeutsch mir freischalten wer genutzt verursacht 4 schaden verursacht 4 schaden hä ja essen kann ich sowieso rein prügeln essen kriege ich hinterher geworfen müssen wir hier schon mal in die nächste quest da ist erstmal unwichtig in die rote perle schon mal investiert 10 mehr und ich könnte da auch investieren aber dem rest wird es nicht reichen so jetzt wird nur der bürgermeister was von mir dann muss ich ein spezielles objekt finden wenn wir jetzt die rote baumwolle als nächstes durchbringen haben wir vorerst erstmal die ganzen verfluchten dinger hier durchgebracht obwohl die rote sanduhr ist auch noch da die sanduhr die war schlimm keine seltenen oder legendären items kann man eigentlich mit leben tatsächlich außerdem diese baumwolle die will ich mit definitiv freischalten die ist ultra gut also nicht die rote sondern die entverfluchte sag ich mal nein kann ich eh schon nicht ne durch das teil hier dann kriege ich wenigstens noch zusätzlich jede runde eine energie dazu so jetzt schicke ich ein paar sachen nach hause darunter auf jeden fall den bogen der wird nach hause geschickt das schicke ich mit nach hause die schicke ich nach hause den robo kopf natürlich ist eins davon speziell nach hause also den nehme ich auf jeden fall ja noch mit das brauche ich noch so jetzt habe ich wenigstens wieder ein leeres inventar knippe des beserkers ist mal mitgenommen das das packe ich mir ein kann ich ja noch verkaufen gib mir mal nix wie es scheint ich brauchte genau ein gold mehr dann hätte sie mir max hp geben können ok zuerst noch da unten in der regel wie ich eigentlich eher geld ich hätte aber nach rechts gehen sollen weil da noch ein gegner und der hätte mir auch mehr geld geben können ursachen schaden tut weh fügt mir selber auch zwei schaden zu den kann ich aber kostenlos nutzen den kann ich aber kostenlos nutzen aber dann äh macht mir das ding eigentlich kaum was ist ja in kombination damit richtig gut weil ich mir im prinzip keinen schaden mache aber dafür macht das ding mit jedem angriff weniger damage das ist der harten das ist der harten der knippe des beserkers ist in kombination richtig gut ok ein handschuh der kommt hier oben hin hier mal die kiemen noch mit und den schuriken jetzt habe ich ja einen shop jetzt kann ich erstmal den lamellenschild verkaufen und das hackball das teil kann gut sein kann das ding ist eigentlich auch richtig gut ich nehme die kiste jetzt noch mit ich habe hier einen schlüssel die kiste kann ich verkaufen der kauft nichts mehr hat der schmied was gutes für mich plus zwei block zu einem schild ein gift zu einer waffe das gift das will ich auf jeden fall auf die machete packen angriff unverteidigung mit dem knüppel senken klingt lustig 5 mehr und ich könnte das langsam auch noch auf diesen mega knüppel packen auch den brauche ich ja sogar bei zwei teilen kriege ich das ball oder den ring des beserkers ah ok keine rüstung und schild aber man kriegt dann jede runde energie dazu also ein schlechtes item weil ohne abwehr bist du aufgeschmissen ja 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 einmal muss ich noch blocken die schule könnte ich mir mal aufbewahren eigentlich ich krieg die sowieso so der stirbt an gift da kann ich auch noch mal draufhauen eigentlich war ich den heilenden fisch gar nicht ich habe nur einen schlüssel die zahnheizkette nehme ich mit und den gifthrank brauche ich auf jeden fall für magie nehme ich den mal mit so du willst stress sehr gut wenn sonst nichts weiter ist ich sollte immer mit dem teil zuerst zuschlagen ich sehe es jetzt nicht besonders stark der regenerative schleifstil der ist einfach so op tot ich nehme den mal mit der ist nämlich eigentlich auch mega heftig ja und solange ich denn nichts habe da sprennt mir was hinterher so kannst du in deutsch zuallererst haben die erdsteinklinge ist eine seltene waffe diese erdsteinklinge die müsste ich vom prinzip her dahin tun ist denn aufwand ehrlich gesagt nicht wert kannst du das ding auf jeden fall noch haben ansonsten habe ich jetzt nichts was ich dir in die hand drücken wollen würde ja komm her der rattenkönig da kann ich das gut gebrauchen ich voll trottel erst mal um den hier vorne kümmern im besten fall oder ne besser um die hier zuerst ich mach mir selber damit ja auch noch wut drauf das ist ja auch noch richtig krass zusätzlich mit der strahneilskette was habe ich hier für ein op bild auch bei der auf hühre geht es geht gut Und die beiden da vorne, die sterben jetzt sowieso. Ja! Geilo! Da kann ich den Scheiß hier reinpacken. Äh, Hackball zum Wegwerfen oder Verkaufen. Kiste? Ich bin gerade überglücklich, ne? Ich brauche mindestens ungewöhnlich, die brauche ich gar nicht erst mitnehmen. Naja, verkaufen kann ich sie ja trotzdem. Danke dafür. Oh, der Kessel. Wenn ich den jetzt kriege, ne? Dann geht mir richtig einer ab. Ich drehe maximal so mit 6 Gold immer. Na. Dann macht man den Gegner ein Gift, aber man selber kriegt auch ein bisschen weniger. Mach ich hier drauf, dann kriege ich auf allen Gegnern immer 2 Gift drauf. Und das Ding ist selten, das kann ich verkaufen, das ist so viel wert. Obwohl, ich muss es mitnehmen. Ich, ich brauche das. So, hier kannst du den Scheiß haben. Nochmal Wutheitsband. Ich meine, ich könnte es machen. Ich habe gerade genügend Geld dafür. Niemals den Beutel verkaufen, das Zeug, was mit drin ist, das wird nicht mitgerechnet. Und man beißt sich dann selber in den Hintern. Geschütztürme. Das einfach instant verwenden. Ich glaube, ich habe das Ganze in den Hintern. Ich würde gerne die Salami demnächst nutzen. Ich nehme mal davon eins mit. Ich nehme lieber den Schaden. Ich nehme den Schaden und Schwer zu ner Waffe. Habe ich überhaupt nen Ring? Was zählt denn alles als Gegenstand? Ich könnte den Giftstern ein bisschen heftiger machen. Das Ding kann eh nicht nach unten wandern. Aber es kann auch nicht in der Schmiede verbessert werden, leider Gottes. Dann lohnt sich nicht der Typ. Tun erst gucken, nachdem man hier alles aufgeräumt hat. So, der stirbt an Gift. So, den kann ich ignorieren. Knüppel. Knüppel. Es ist nicht wirklich so, als würde ich die nutzen. So, Level up. Ein paar Plätze mehr. Dann lohnt sich jetzt gleich auch die Kiste. Nochmal ein Giftrank. Schöne ich euch eben kurz noch. Schöne ich euch eben kurz noch. Okay. So, der Gegner ist so hart die letzte Lachnummer, ne? Die braucht man nur einmal treffen und fängt an zu flennen. Gut, sehe ich. Hab gleich nen Boss vor mir. Und den nehm ich mal mit, falls ich eine der Kisten nur so öffnen kann. Irgendwas darunter, was ich noch verkaufen will. Ich kann ja eh nichts mehr verkaufen. Brauche ich nicht. Das ist irgendwie komplett verbuggt bei den Rüstungen. Die Kiste war Müll. Wirklich absoluter Müll. Das ist der Fluchschmied. Ich kann das Ding zumindest verstärken. Nehm ich den Wurfstern noch mit. Kann ich die Schmiede nutzen? Ich kann Gift zu ner Waffe hinzufügen. Ringeration klappt. Ich hab keinen Ring. Leitfähig. Sowieso Quatsch. Ich könnte das Ding generell stärker machen. Ne, kann ich nicht. Ne, der Schmied bringt mir nix. Kann ich ja gucken, ob ich im Shop noch irgendwas sinnvolles ergattern kann. Würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Na gut, das hackt bald weg. Dann nehm ich das warme Getränk dafür mit. Und ich glaub das war nochmal der Drehtyp. Jetzt mach ich jetzt einfach restliches Geld da rein. Jetzt krieg ich hier mal sowas. So. Die nehm ich noch mit. Dann geh mir zum Boss. Ich geh davon aus, dass wir den Boss locker schaffen. Also der sollte wirklich kein Problem sein. Wenn mir ein Gerät verhört werden. Hey, ich komm das Jahr schon mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal locker. Komm mal locker. Komm mal locker. Komm mal locker. Der wird so hart von mir auseinandergenommen. Das war ja nicht mal mit mir feierlich. Wir hatten so ein OP-Bild dieses Mal. So, irgendwas was ich wegwerfen kann. Und das hier auf jeden Fall für den Funken. Der goldene Käse... Ich überlege, ist der das wert? Eigentlich nicht. Was geil ist, ich nehme so viel mit, weil das, was hier drin ist, das zählt auch mit. Ich könnte den Schlüssel wegwerfen und die reinigende Bombe. Dann nehme ich den Käse noch mit. Der nimmt sogar nur einen Platz weg. Dann nehme ich die Bombe doch noch mit. Alter Geilster Run Besser ging ja nun wirklich nicht mehr. Was wir hier alles mitgenommen haben So, erstmal kriegen die den Gifttrank, den einen. Jetzt haben wir nämlich auch den starken Gifttrank zu werfen, wenn wir ihn mal finden. Einen ungewöhnlichen Schild. Da wird der Gifttrank auch noch rein. Das Ding habe ich jetzt mitgebracht. Das Teil lohnt sich mehr. Mit den Schuriken gucke ich noch. Kann ja sein, dass ich irgendwo noch was Besseres kriege. Das sollte ich eigentlich immer als letztes angucken. Im Peridot muss ich so oder so mitbringen. Für die Giftpfeile. Das wäre eigentlich ganz gut für ein Mana-Bild. Ich habe den Feuerstab gerade freigeschaltet. Das Ding ist geschenkt. Hier muss unbedingt die Perle rein. Das ist eine Tasche, die mit Magie arbeitet. Das Zitrin, das brauche ich noch. Achter, das war so ein endgeiler Run. Komm. Da geht der eine Schuriken rein. Die rote Baumwolle haben wir durchgebracht. Die Baumwolle, die war easy. Vor allen Dingen, jetzt haben wir ja die Flausche gebomben wolle. Und die ist richtig, richtig gut. Wenn ich die einmal finde, die nehme ich definitiv mit. Weil die sorgt ja hier jede Runde für Energie. Und falls ich mit Mana mal spiele, gibt die mir drei Mana. Das Ding ist ultra gut. Vor allen Dingen, ich habe alle Cursed Items jetzt durchgebracht. Ich weiß immer noch nicht, was ein Segen mir bringt. Ich gönne mir den mal. So, jetzt habe ich ja hier die speziellen Sachen durch. Jetzt habe ich den Buobuckler. Alles, wo ich spezielle Items brauche, habe ich auf jeden Fall abgegeben. Ein brutaler Speer. Guck mal, dafür brauche ich auch das Beil. Und der kriegt dann in dem Zug auch einen Schaden mehr. Ja, das Kurschwester, das kostet ja gar nichts. Ist ausgegeben. Brauche ich sonst noch irgendwo eine seltene Waffe? Ja, hier. Und das ist ja auch das... Äh, nee, das ist die Propalkliege. Die macht doppelten Schaden. Das war der Drill bei der. Ah, hier brauche ich einmal den ganz normalen Schuriken, dann kriege ich so einen Dreifach-Schuriken. den Flammenedelschein muss ich auf jeden Fall mal durchbringen. Ja, das restliche Zeug kann ich eigentlich verkaufen. Das wird nicht benötigt. Alter, das war so ein End-Skyler-Run. Der hätte wirklich nicht besser laufen können. Allein der regenerative Schleifstein hat das Spiel schon gebrochen. Der ist so extremst OP. Ich glaube, der Rucksack hat die Sachen auch noch verdoppelt. die da drin waren. Das muss ich mir merken, was im Rucksack ist, das wird verdoppelt im Anschluss. Richtig nice. Den seltenen Manastein behalte ich mal. Vorsichtshalber. Alter, so viel Cash. Guckt euch mal das an. Ich habe Freudentränen in den Augen. Das hätte nicht besser laufen können. Egal was jetzt noch kommt, nichts wird das toppen können, was wir gerade hier vollbracht haben. Okay. Den hier kaufen wir mal. Den muss man unten platzieren. Das Ninja-Kostüm können wir freischalten. Essen kann ich sowieso ausgeben. kann nützlich sein. Hier wird eine seltene Waffe benötigt. Duellierschwert. Wenn ich irgendwie es schaffe, mir selber Schaden zuzufügen, kann ich mit der Waffe einfach 50 Schaden in einer Runde machen. Zusammen mit dieser Berserker-Keule ist das richtig heftig. Die kann ich auf... Ne, kann ich gerade so nicht freischalten. Essen kann ich so oder so ausgeben. Den Pfeil hier kann ich freischalten. ein bisschen Food habe ich noch. irgendwo was das richtig wenig braucht. Ansonsten kann ich es auch ansammeln. Es ist einfach so schön, aber die ganze Zeit richtig mieses Leben und dann kommt der Run, der mich einfach zu Freudentränen bringt. Das kann man nicht mehr toppen. Soll ich nochmal den Sandtower Run versuchen? Komm. Der wird wie was. Der Wattebausch. Dafür müsste ich ein Mana-Bild haben. Die Eiscreme. Die Eiscreme ist so heftig. Beziehungsweise sie wird heftig. Weißt du was? Ich gucke jetzt glaube ich trotzdem allem vorher in die Kiste. Ob da was Gutes drin ist. Ich sehe nur der Motor starb gut. Schlüsse kann ich so noch finden und die Milch ist kontraproduktiv. Also ist jetzt nicht schlimm dass ich vorher reingeschaut habe. Ich kann den Motor zauberstab tatsächlich eigentlich sogar behalten vorerst. So ich gerade dabei habe ist recht gut. Ich kann glaube ich werde aber nicht nicht obwohl doch ich werde den erstmal behalten weil wenn ich jetzt gleich ein Mana Ding mit nehme dann kann ich auch damit arbeiten ich muss halt echt alles mitnehmen womit ich kämpfen kann ich werde nicht überleben verdammt ich schicke das nach Hause okay jetzt noch Odiria zurück wir hatten gutes Material aber die Dachse waren kill die haben uns vernichtet ich habe jetzt nicht wirklich was mit gebracht aber beim bei der Kaserne da sollte ich jetzt zumindest was abgeben können ich habe ja so auch noch ein paar sachen nope stimmt das bowblade ist ein bogen unter anderem fallmacher ist aber kein ungewöhnlicher bogen ist es leider gottes gewöhnlicher bogen wir wissen aber wo wir den abgeben können zu dem will ich dann einmal hin bevor ich den aus versehen verscherbe ja die beiden sachen kann ich nur verkaufen gehen habe mir jetzt aber so gut wie gar nichts eingebracht mal gucken können wir noch irgendwas kaufen was nützlich spiegelschert wäre auf jeden fall richtig geil ich kann eine neue quest verschalten die schere okay das ist auf jeden fall so ein cursed run ich irgendeine gute verwendung na gut ich euch jetzt auf spiel speichern und würde sagen wir machen hier dann jetzt für heute schluss ich hoffe ihr hattet alle spaß beim zusehen wenn ja könnt ihr ein abo und ein like da lassen auf youtube auf twitch natürlich ein follow und ich würde sagen für heute war es es dann jetzt ich wünsche den youtube zuschauen an der stelle noch einen schönen Tag bei euch sage ich zuerst tschau bis zum nächsten mal